Ich bin Willi, ich bin Barista, Kaffeeologe und Kaffeesommelier und hier sind wir in meiner Röstmanufaktur, in der nur absolute Raritäten produziert werden. Die Kaffees kommen zu mir an und treife dann 1 bis 6 Monate in dieser französischen Eichenfässerin. Seit 2015 gebe ich zahlreiche Kaffeekurse und das in der ganzen Schweiz. Zum Beispiel, ich komme zu dir nach Hause und zeige dir, wie man auf deiner Kaffeemaschine richtig gute Kaffe macht. Zeige dir, wie man die Mülle ganz einfach und schnell einstellt, zeigt deine richtige Hände auf der Maschine, wie man perfekte Espresso macht, Cappuccino oder Latte Maggiato. Oder wie wäre es mit einem Ganztagswölfstatt? Für das kommst du zu mir. Wir gehen zusammen in die Naturlodge auf Romance, ein Ort mit einem traumhaften Ausblick und wir dort den ganzen Tag über Kaffee philosophieren. Du lernst alles über den Ursprung von Kaffee, du lernst verschiedene Provenienzen kennen, kannst du sie auch probieren, verschiedene Aufbereitungsarten und natürlich auch wieder das Lernen auf der Maschine richtig Kaffee zuzubereiten. Wir sind in der Urheimat vom Schnapskaffee und natürlich zeige ich dir, wie man ein richtiges Endwucherschwarzes produziert. Und für das gehen wir raus in die Natur. In das Indianertipi, wir machen euch das Offenungsfeuer und ich zeige dir, wie wir auf verschiedensten Kaffeesysteme auch von Russen einen richtig geilen Kaffee produzieren haben.